Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Heute kommen die neuen Charaktere. Mirabel aus Encanto und Olaf aus Die Eiskönigin. Die zwei Charaktere sind nicht ganz so meins, aber ich bin trotzdem gespannt. Der große Schneesturm. Als erstes muss ich erst nochmal die Sachen wegbringen. Ja, die Kisten sehen anders aus. Die haben das Design geändert. Das ist ja jetzt das Februar-Update. Das nächste kommt dann April, glaube ich. Das reicht erstmal. Hauptsache ich habe ein bisschen Platz, falls ich irgendwas aufnehmen muss. Olaf. Der musste ja kommen. Und soweit ich weiß, wollte der doch immer in dem Film an den Strand. Wäre cool, wenn da irgend so eine Mission kommen würde. Das ist also der große Schneesturm. Dann muss ich mal gucken, wo Merlin jetzt ist. Ich dachte, der ist hier. Da ist er. Ich denke mal, von Encanto kommen auch noch mehrere irgendwann. Da ist ja auch noch mehr Charaktere kommen. So, der müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Ja, da ist er doch. Ja, da ist er doch. Ja, stimmt schon. Elsa ist die Richtige. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Die Säule in den eisigen Höhen wiederherstellen. Kommt jetzt endlich eine neue Säule, die man befreien kann oder reparieren kann. Nicht mit offenem Mund kommen, das ist auch lustig. Keine Ahnung. Also wir sollen im Schneesturm nach der Quelle der Störung suchen. Elsa würde das ja überhaupt nichts ausmachen. Das letzte Update war schon cool mit Stitch. Das hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe bloß, da kommt nicht wieder so eine Mission, wo man wieder tagelang warten muss. Das ist echt nervig. Da im Zentrum. Ich würde mal behaupten, das geht von dem hier aus. Ich würde mal behaupten, das geht von dem hier aus. Ich würde mal behaupten, das geht von dem hier aus. Sondern kurz hinter der Säule. Da sind nämlich auch Fußabdrücke. Dann gibt es eine neue Höhle. Einmal betreten, bitte. Oh, das sieht schon richtig cool aus. Mir fehlt die Nase und die Arme. Ich würde mal behaupten, das geht von dem hier aus. Spiel, 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 spiel. Spielen geht immer. ja ich hab ich hab die knöpfe auch die knöpfe sind mir jetzt nicht aufgefallen aber die nase und die arme die nase und die arme ist mir aufgefallen ja das hab ich gesehen dass die schwarz leuchten klingt nach spaß ja na toll jetzt sind die im ganzen dorf verteilt bis bald da haben wir gleich noch eine da ist noch eine und noch eine ja klar sammeln wir die auch noch auf und 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 das waren jetzt 40 von 44 na gut dann erstmal die eichhörnchen suchen im schneesturm also doch nicht im ganzen tal da ist eins nummer zwei da ist eins einer fehlt noch das muss doch hier sein ich hab die drei doch jetzt so schnell gefunden wo ist das vierte da ich hab's da ist Hallo! Na, die Nase habe ich auch. Die Arme fehlen. Die Arme fehlen. Oh Oh man Ja doch, die gibt's Mit den Erinnerungen Wir sollen das Wasser Dazu bringen Die Erinnerungen mit uns zu teilen Ich würde mal sagen Angeln Wir sollen Elsa Fragen Elsa könnte es Natürlich auch wissen Die ist hier Sehr sehr gut Das ist ja nicht mal weit Hallo Huh Ja, haha. Aha. Also, die kann uns schon mal nicht helfen. Die Gießkanne? Aha. Wir sollen die Gießkanne an die Säule halten. Hm? Ach, den kennen wir doch auch. War der nicht bei Scar? Auch schon? Bei dem Update. Vielleicht können wir was unternehmen. Hm. Hm. Buss? Ich bin seitdem. Nies? Ich gimme die Säule. Hör! Ah! Ich nehme mal das. Ich glaube, das ist egal. Oh... 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 Wow... Ja, sie macht's kaputt. Ich soll's in Ordnung bringen. Okay. Das hat Spaß gemacht. Ja, die Erinnerung... ...hab ich schon eingesammelt. Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, come on. Tja, das war's dann wohl. Okay, benutze die Gießkanne. Wahrscheinlich die hier. Da sind die Arme. Und da vorne war noch einer. Oh gut, du bist hier. Oh gut, du bist hier. Also im Prinzip, wir retten das, ähm, reparieren das Portal. Der kriegt seine Arme wieder und die Kugel. Ich schwör's euch, das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Finde ein Buch, ja, das ist wahrscheinlich das hier. Oh, da ist das. Oh, da ist das hier. Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh, hallo! Ja, die dürfte ich haben. Tja, das war's dann wohl. Wiedersehen. Zerbrochenes Risma. Da haben wir hier ein, hier ein und da. Heiß nicht, ich heb das Buch auch mal auf. Ich glaub zwar nicht, dass wir das noch irgendwie brauchen. Glas. Gereinigte Nachtscheiben, da weiß ich gar nicht mehr, wie man die macht. So, dann einmal an die Werkbank. Das Glas. 10 Stück. Wie viel waren das? 5. Vorher ich zu viel mach. Hier, 5 Stück. Genau. Den herstellen. Ich find's jetzt wirklich unglaublich. So, der Stein kommt dann auf den Sockel in der Kammer und dann dürften noch die Edelsteine fehlen. Da hab ich auch genügend. Da hab ich auch genügend. Da hab ich auch genügend. Hier fehlt einer, da fehlt einer und hier. Da hab ich auch genügend. 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 Ähm, ich glaub die waren hier, genau, da ist Eckische Waden. Gehe ich davon aus, dass es auch da, die Eckischen sind, ist die Frage glänzend oder nicht. Musik 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 Ja, ich denk mal, die sind's nicht. Musik Musik Glaube ich jetzt nicht. Musik Mal jetzt einmal zurücklaufen, wenn wir dieses hin und her gelaufen. Musik Und dann dürfte doch eigentlich Olaf schon ins Dorf kommen. Und für Mirabelle denke ich mal, dass man wieder in dem Schloss eine Tür aufmachen muss. So. Das waren gar nicht die Eckischen. Eckisch. Ob's dieselben sind? Ich kann gar keinen übertragen. Ach ja, okay. Das ist ja noch einfacher dann rauszufinden. Das war jetzt... Hier, der erste war der hier. Das war der glänzende. Da nehm ich schon glänzende, äh, Saphir. Nein. Musik 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 Wer ist es? Musik Musik Der letzte... Ach, ich fang wieder oben an. Was war der orange noch? Musik Ja, das war der letzte. Musik 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 Also lila, rot, blau, orange, grün und gelb. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein gelber Topaz Also nicht mal ein glänzender Ein blauer Auch kein glänzender Und der rote Es kommen gar keine glänzenden vor Das sind die ganz normalen So, da kriegt der seine Arme wieder Mit Kugel Hallo, ich bin's, Olaf Ja, ich würde gerne die Kugel Ja Na toll Er muss Klar, mit einer Umarmung ist alles wieder gut Oh Das muss Umarmung sein Das ist die Säule für Liebe Ach, die ist jetzt schon repariert Das ist ja super So Einmal die Kugel zurück Und der Schneesturm ist auch weg Ich bin so froh, dass du's geschafft hast Wahoo! Ja hab dich du bist dran sehr gut der große schneesturm das war es dann schon mit der ersten mission ich guck dann mal wie ich mirabelle ins dorf bekomme ich werde wieder jede mission einzeln machen und ihr könnt mir gerne ein abo da lassen oder einen daumen nach oben bis zum nächsten mal